Hallo zusammen, mein Name ist Evelin Binsack, ich bin Extremsportlerin und Berufsbergführerin und heute stelle ich euch die neuen Coop Trophy Produkte vor. Es war nur Spass! Das Schluchboot ist so ein cooles Stil. Es hat Platz für zwei Erwachsene und ein Kind, können bis zu 230 kg tragen und mit diesen drei Luftkammern, die voneinander unabhängig sind, bieten es maximale Sicherheit. Dazu kommen die zwei stabilen Ruder und schwupp! Dann ist sogar das Handy mit und das bleibt trocken in dem wasserdichten Sack. Jetzt nur noch ab aufs Wasser! Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020